Jeder von uns will mental gestärkt sein, aber niemand will sich dafür die Zeit nehmen. Deshalb habe ich die Mentale Schatzkiste erfunden. Die Mentale Schatzkiste ist ein Kartenset mit 48 verschiedenen Methoden und Techniken, zusammen komprimiert aus verschiedensten Ausbildungen, Workshops, Büchern, Lebenserfahrungen und Problemen von mir selbst und meinen Kunden. Dieses Kartenset ermöglicht es uns, innerhalb von 5 Minuten schnell und nachhaltig auf emotionaler, geistiger, mentaler, seelischer und ganzheitlicher Ebene gut gestärkt zu sein und in den Tag zu starten oder den Tag gestärkt zu begleiten. Wie funktioniert es? Im Kartenset befinden sich vier verschiedene Themenbereiche, zum Beispiel der Themenbereich Gelb. Da ist alles drinnen, was mit Körperbewusstsein und Wahrnehmung zu tun hat. Ganz viele verschiedene Methoden, die in diesem Bereich gehören. Dann haben wir den Themenbereich Rot. Da ist das Handeln und etwas Umsetzen drinnen. Dann gibt es den Themenbereich Grün. Da ist alles, was für unsere Gefühle und für das Fühlen zuständig und gut ist drinnen. Dann gibt es den Themenbereich Blau. Da sind unsere Gedanken und unsere Gedankenwelt und alles, was wir denken drinnen. Jeder dieser Themenbereiche hat zwölf verschiedene Techniken, wobei auf der Rückseite jede Karte gleich ausschaut. Nur eben die Technik ist anders oben. Also der Name der Technik steht auf der Vorderseite und das Design ist bei allen gleich. Und auf der Rückseite findet ihr die Farbe, sodass man es gut zuordnen kann. Dann kann man es entweder so machen, dass man einen Themenbereich sich herausnimmt und sagt, heute bin ich zum Beispiel total im Kopf und ich brauche irgendeine Stärkung für meine Gedanken. Und dann ziehe ich aus dem blauen Kartenset eine Technik und zwar das Gedankenstopp. Steht auf der Vorderseite Gedankenstopp und die Kraftaussage, also stoppe deine Gedanken. Und auf der Rückseite steht dann die Ausführung zum Beispiel, sage gedanklich, stopp, was denke ich gerade. Entscheide dich, ob du diese Gedanken in dein Leben ziehen möchtest oder ob du deine Aufmerksamkeit auf etwas anderes fokussierst. Und so kann ich das mit allen Themenbereichen machen. Beim roten Themenbereich zum Beispiel haben wir die Technik von der Number One. Hier geht es einfach darum, dass du dich selbst wieder an die erste Stelle stellst und dir selbst am Tag etwas Gutes tust. Im grünen Themenbereich haben wir zum Beispiel die Technik der Happy Moments drinnen, wobei man sich ein Tageshighlight aussucht und dieses Tageshighlight am Abend als letzte Erinnerung vom Einschlafen herholt. Und dann im gelben Themenbereich haben wir noch die Zellgesundheit zum Beispiel, wobei es darum geht, dass du jede einzelne Zelle mit guten Gefühlen oder mit einer guten Energie wahrnimmst und bewusst auffüllst. Und so kann man das Kartensicht für sich selbst oder für die Freunde, die Familie, die Verwandtschaft oder Bekannte oder vielleicht auch sogar Kunden verwenden und es gut weiterschenken als super tolles, nachhaltiges und wertvolles Geschenk. Funktioniert auch zum Beispiel gut für Teamsitzungen in der Arbeit.